Willkommen zurück zu Let's Play LS17 auf der Map Silbasuzum. So, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben die Wiese gemäht. Der muss aber ein bisschen hoch, oder? Ist der unverpackt oder ist er einfach zu klein? Wow, der zieht ja rein, richtig runter. Das ist so. Klappen wir mal zusammen. Der schläft ganz schön auf dem Bohr. Das ist aber ein bisschen zu klein. Unser 661er ist Gott sei Dank endlich fertig. Dann können wir den Flug abhängen und an einen anderen den nächsten ranhängen, dass wir auch das nächste Vergleich fliegen können. Aber erstmal bringen wir ihn. Lassen wir mal stehen. Ah, das passt nur kurz. So. Ja, das. Was machst du? Okay, dich lassen wir mal fahren. Du fährst auf. So. Sehr schön. Ende. Fällt es geflügt. Sehr schön. Ja, mit paar Abstrichen ist es okay. Dann fahren wir jetzt auf unser... Den Flug können wir uns zu unserem Hof bringen, weil wir brauchen die großen Maschinen. Wir brauchen einen mehr PS für unsere Ballenpresse, weil die anderen haben ein bisschen wenig PS. Da müssten wir auch mal irgendwann mal aufstocken, dass wir noch mal so einen richtig großen, so ein bisschen über 200 PS noch mal haben. Aber erstmal reicht das ja noch. Wir wollen ja auch noch Tiere kaufen. So, den fahren wir jetzt erstmal zum Hof. So. Nun, hier haben wir vorbei. Ja, aber klar. Kann ich den eigentlich ein Klappen? Ey, kann ich nicht. Das ist ein guter Super. Okay. So. Da stehen die Pferde von meiner Tochter. Sehr schön. Der meiste ist auch soweit. Fast gut. So. Von der Romeo. Der Romeo Motorbe. Ich brauche aber auch als nächstes, ne? Den Flug. Ich werde ihn auch nicht so weit weg bringen. Den lassen wir mal hier. So. müssen wir uns mal unsere... Unsere beiden Presse können wir uns schon mal holen. Da ist das gute Stück. Unsere Krone. Krone Big Pack. 120 oder 128. So, immer gleich. 120 Strich 80. So. Wollen wir mal. kurz aussteigen. Ein paar Säcke sind auch schon wieder fertig. Die können wir auch gleich reinschmeißen. Die Mulde müsste auch fast voll sein. Wow. So. Und zack. Dann muss auch den hier. Ich glaube die Mulde ist voll. Schmeißen wir die nächsten einfach mal davor. So. Wollen wir. Licht an. So. Dann gucken wir mal. Bis den Korn bleibt stehen. Das ist nun mal halt so. Das können wir nicht ändern. So. Da müssen wir sie ausklappen. Hier senken sie. Und dann starten wir unsere gute Ballenpresse. Ich bin ja mal gespannt wie viele Ballen wir hier rauskriegen. Warum steckt der fest? Wer ist denn das? Ach. Ach. Ach Mist. So. Okay. Heben wir dich mal. Na komm schon. Dann müssen wir das halt anders machen. Wir machen nochmal zack. Aber diesmal starten wir hier. So. Dann kriegen wir das schneller fertig. So. Wir starten auf Feld 47. Das ist das do. Wenn man es sich gleich von Anfang an richtig einstellt. Immer nur so zwischendurch so ein bisschen. So. Wir starten. Südwest Richtung. Osten. Wir machen drei Vorgewände. Zack. Wo ist der Startpunkt? Wo ist der Startpunkt? Wo ist der Startpunkt? Wo geht's los? Da vorne. So. Und. Zack. So. Du kannst jetzt grubern. Du kannst jetzt grubern. Duschen. Du kannst jetzt schon wieder voll. Dann muss ich mal schnell abtanken. Jetzt müssen wir schon wieder in der Frucht. Das kopft mich so an. So komm. Da bleibt bestimmt gleich weiter. Oder auch nicht. Bleibt ja diesmal am wenigsten stehen. Doch. Er fährt weiter. Ja. Guck mal. Wie viele Varianten rein kommen glaube ich 22.000 Liter passen rein. Also 22 Tonnen. Wie weit ist er denn noch drin? Was ist er denn da oben? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach da. Genau. 20% hat er noch drin. So. Und damit ist er ran. Ja gut 3% noch. Aber er ist leer. Das ist okay. Ich würde sagen. nicht an. Nicht an. Diese Fuhre bringen wir direkt. Zu Bauer Lührs. Dass er das Schweinefutter eigentlich mal herstellen kann. So. Bremsen. Kommt da was? Nein. Rum um die Kurve. Das bringen wir direkt mal zu Bauer Lührs. Dann kann er schon mal direkt Schweinefutter herstellen. Schauen wir mal mal Fernlicht an. Das können wir nicht. Fernlicht. Schön beleuchtet von dem. Das finde ich toll. Fernlicht aus. Dürfen wir nur keinen Unfall bauen. Mit unseren fast 23 Tonnen. Also glaube ich 24 Tonnen passen rein. So. Runter. Überholen dürfen wir. So. Und das war da vorne glaube ich gleich links. Hier nicht. Hier war das links rein. Genau. Hier war das links rein. An den nächsten kreuzen glaube ich rechts. Also hier nicht. Das war eine mit zwei Spuren. So. Hier war das nämlich. Und jetzt müssten wir nicht nur noch geradeaus. Nur noch geradeaus. Glaub ich da hinten ist es schon. Hier können wir aber insofern nicht anmachen. So. Ja. Da vorne ist es. Da vorne ist es. Ja. Ich weiß. Ich komme zu späten Stunden. Aber ist doch okay. Ich kippe ja nur ab. Ja. 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 Da kippt rein. Ich weiß gar nicht wie viel da rein passt. Gucken wir mal. Ich glaube da passt viel mehr rein. 30.000 Liter. Okay. Wie viel kann er stellt er hier her? 40.000 Liter. Das ist sehr schön. Ich kann mal. Mit ihm wieder schnell abfahren. Bis wir da sind müsste glaube ich unser Drescher auch wieder voll sein. So. Fähr nicht. Und dann fahren wir mal schnell zurück zum Hof. Schnell noch eine Runde. So. Gucken wir mal. Hier jetzt links. Am nächsten wieder links. Ja. Zieht aber auch ne. Auf 70. Uff. Kommt nix. Und wir können. Na. Da muss man es ja nicht ausmachen. Nämlich dass wir die anderen Autos noch weiterhin blenden. Nämlich dass uns noch einer reinfährt. Das wollen wir ja nicht. Na. Hier sind über 70 erlaubt. Hier dürfen wir auch überholen. Oh. Da kommt man hinter uns. Schaffen wir nicht. Das schaffen wir jetzt aber. Noong. Und vorbei. Oh. Da macht der auch noch Fernlicht an. Weil wir ihn überholt haben. So. Und da ist unser Hof. Gucken wir mal. So. 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 Welleh. Das ist nun mal voll in den Schneidwerkswagen gefahren. Oh. Oh. Das ist gar nicht so gut. Ich kann nochmal schnell Ernähranten. schaffst du noch eine seite genau wenn auf der seite bis tanken würde ich ab wenn ich schon mal hierhin stellen so aus in unsere presse da da ist unsere presse haben auch gerade erst angefangen licht an starten und weiter geht bestimmt jede menge ballen jetzt hängt er doch gar nicht schon wieder fest oder mann 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 du bist doch auch ein db also nächstes mal machen wir drei vorgewinne wir wissen dass und weiter geht es ein bisschen ballen pressen können um die guten strohballen raus sehr schön noch 20 formel was fällt das ist okay jeder menge strohballen auskriegen aber fürs nächste mal wissen wir wir machen drei vorgewinne aber das muss eigentlich reichen eine kleine kurve hier das wird noch eine arbeit die ganzen ballen hier vom feld zu bringen gleich welche in den schweinestall bringen welche zu den schafen können wir auch wenn da müssen wir mal gucken wo wir die ja nicht bei den schafen hinbringen müssen ach der ist auch schon wieder voll ne der ist auch schon wieder voll na egal wir fahren jetzt erstmal die eine runde hier wenn wir die eine runde haben dann tanken wir nochmal ab wir ziehen hier jede menge ballen raus ich sag bestimmt so an die da haben wir einen neuen haus bekommen bestimmt 20 30 30 ballen wenn nicht sogar mehr 30 ballen 30 40 ballen kriegen wir bestimmt aus dem feld hier raus dann machen wir die runde noch und dann tanken wir ihn nochmal ab dann gucken wir mal es ist schon nacht es ist schon nacht es ist schon tiefe nacht 22 uhr ne der hat auch ein licht dann tanzen wir den noch mal schnell ab weiter weiter das ist sehr schön wir werden noch voller hier wird immer leerer das passt rüber hier so müssen wir fahren dass die spuren mitte ist von unserer schaltung hier können wir ja mal einen schönen screenshot machen hier zack so gucken wir mal da kommt da so haben wir ein paar schöne bilder gemacht die folge endet jetzt wieder wir sehen uns zur nächsten folge zu let's play LS17 uja Entschuldigung auf der map Sibazuzu unsere große Schweinezucht wir sind bald können wir die ersten Schweine kaufen ich freue mich schon ihr euch auch bestimmt schaltet rein wenn ihr wissen wollt wie es weiter geht ich danke euch fürs zuschauen bis zum nächsten mal auf wiedersehen und tschüss